Das Weihnachtshotel von Jollydorf, Türchen 3, Norwegen, Tag 3. Ein Klopf an der Tür am nächsten Abend ließ Harrys Herz einen Sprung machen. Aber mehr, weil er sich wünschte, dass es Malfoy wäre, und nicht, weil er sich vor dem Geräusch erschreckte. Als er die Tür öffnete, stand tatsächlich der blonde Zauberer vor ihm. Guten Abend, sagte Malfoy sanft und grinste. Leider kann ich dich heute Abend nicht mitnehmen, um dir die Nordlichter zu zeigen, denn es ist alles voller Wolken. Aber heute fand ein Eisskulpturenwettbewerb statt. Hast du ihn gesehen? Harry runzelte die Stirn und schüttelte den Kopf. Ich wusste gar nicht, dass es so etwas überhaupt ergibt. Malfoy strahlte ihn an. Ich könnte es dir zeigen. Für einen Moment zögerte Harry, bevor er sich an den Türraum lehnte. Ist das ein Date? Hättest du was dagegen? Nehmen wir einfach an, ich hätte nichts dagegen. Harry grünste verschmitzt. Malfoy erwiderte das Grinsen. Nun, dann nehmen wir an, dass es ein Date ist. Harry lachte und zog seine Jacke an. Du dreist mir meine eigenen Worte im Mund um? Wie kannst du es wagen, Malfoy? Liebling, wenn du es nicht mal schaffst, meinen Furnamen zu benutzen, dann ist das hier eindeutig kein Date, sagte Malfoy und zwinkerte ihm zu, bevor er ihn wieder durch das Hotel führte. Sie gingen nach draußen und Harry folgte dem Licht von Malfoys Zauberstab durch den Wald. Diesmal nahm sie nicht das Schneemobil. Offenbar war der Ort mit den Eisskulpturen ganz in der Nähe. Wie hatte Harry das nur übersehen? Nun ja, er hatte mit Daniela Schach gespielt und in der Küche ausgeholfen, als Matthew ein Problem mit den Reinigungsmitteln hatte. Schon bald betraten sie eine Lichtung, die von ein paar Laternen erleuchtet wurde. Die Eisskulpturen standen stolz und wunderschön da. Es gab ein paar Bären, einen Schwan und sogar einen Elefanten mit einem Reiter. Harry bestand da einen Phönix, der scheinbar mitten im Flug eingefroren war, und ein brüllender Löwe, der in Eis gemeißelt war, stand ganz in der Nähe. Das ist wunderschön, blüsterte er und ging zu einem chinesischen Drachen. Er ging an einer Statue einer Katze vorbei, die von einem Vogelhäuschen hing, auf dem ein Eisvogel saß und starrte über die Kampfszene zwischen zwei erwachsenen Hirschen. Er verbrummte neben ihm und lachte leise. Das ist eine meiner liebsten Sachen zum Anschauen. Harry blickte über seine Schulter zu seinem früheren Tyrann. Hast du jemals darüber nachgedacht, das selbst zu machen? Ja, aber ich habe nicht das Talent dafür. Er grinste. Ich habe mal versucht, einen Elefanten zu machen und habe aus Versehen einen Rüssel abgeschnitten, als ich so schnell vorbeiging. Kichern drehte sich Harry wieder zu dem stehenden Elefanten um. Er konnte es sich fast bildlich vorstellen. Das würde mir wahrscheinlich auch passieren. Mervoy schüttelte den Kopf. Ich glaube nicht. Du würdest in all dem wahrscheinlich glänzen. Niemand könnte deine Kunst übertreffen, wenn du fertig bist. Es brachte Harry zum Lachen, dass Mervoy so eine hohe Meinung von ihm hatte. Sie gingen an ein paar weiteren Eisskulpturen vorbei, wo ein Picknick aufgebaut schien. Harry blieb stehen und sah den Cetheron neugierig an. Also, ist das sein Date? Der andere Mann grünste leicht. Vielleicht? Harry hob die Augenbrauen. Wenn ich dir sage, dass ich nichts gegen ein Date mit dir hätte und vielleicht erwägen könnte, deinen Vornamen zu benutzen. Ist es dann ein Date? Mervoy lachte. Ich müsste einen Beweis sehen, bevor ich dir das beantworten kann. Okay, Draco. Wie wäre das als Beweis? Ich mag es. Es ist definitiv ein Date. Wenn du das möchtest. Harry grünste daraufhin. Ich könnte mir vorstellen, mit dir auszugehen. Draco stieß ihn leicht an und ging zum Picknick, wo er mit Schokolade überzogene Früchte und heißen Punsch herausholte. Oh, das hättest du viel früher rausbringen sollen, Draco. Es wäre definitiv ein Date gewesen, wenn ich gewusst hätte, dass du Schokolade und Punsch hier hast. Draco lachte. Ja, ich kaufe mich in dein Leben mit Schokolade überzogene Früchten und Punsch ein. Du hast genau das Richtige gefunden, stimmte Harry zu und setzte sich, um das Picknick zu genießen. Während er weiterhin die Statuen bewunderte, sagte er, Ebrings, ich muss zugeben, du hast einen großartigen Geschmack für Dates.